Ich war immer fasziniert von dem Signet, das in Gann vor dem Film kommt und die Leute einstimmt auf den Film und ruhig macht. Und habe immer davon geträumt, dann beim Zürich Film Festival auch mal so ein Signet zu haben. Und als die Baldenwegs so etwas für den Schweizer Filmpreis gemacht haben, habe ich gedacht, warum fragen wir sie nicht an, auch für uns so eine Komposition zu machen. Dann ist noch die Tonhalle dazugekommen und jetzt ist es einfach unglaublich schön, ein orchestral eingespieltes Signet zu haben. Das haben nur ganz wenige heute, entsteht ja das meiste elektronisch im Studio. Und ich finde, das gibt so Grandezza und macht auch die Filme gross, die nach diesem Signet über die Leinwand flingen dürfen. Paavo Järvi, he ist, he ist very thoughtful und at the same time, very energetic. So, I think he's bringing a really great vibe to, to the Tonhalle, which surely reverberates with us as composers as well. Thinking about the composition, it's like in very slow motion, it's like in a blink of an eye. So, you open the composition with a swirl and you end the composition with that. It's like an eye opening up and closing and in between you've got all of the inspirations and ideas that actually show what the Zurich Film Festival could be. When we started out, or when the Zurich Film Festival started out, we were there from the very, very beginning and we kind of evolved along with the festival. And I think at the beginning, the festival was always kind of our eye to the world as well. The great thing about this collaboration is that we have a festival with an international reach and we have an orchestra with an international reach. and we have our composition combining these two worlds and I think it's a great trio to bring these things together, because we're all based in Zurich. We heard it first on the computer, when the files came and it was already clear that there would be a lot of different values in this music. And that it's especially a very fondly music and one that goes very into the ear. And that's what we have shown live today at the recording. It's a high quality. You know, good music is, is then immediately noticeable when you start seeing images in your head and your inner eye and when you play this music or listen to this music you start seeing landscapes, you start seeing certain visual images in your head and that's the sign of an effective, good composition and that's exactly what I have. Das Zürich Film Festival ist gross geworden mit einem kollaborativen Approach. Es hat nie gegen andere gearbeitet, sondern immer mit Partnern die Dinge erreicht, wie jetzt auch dieses Signet, entstanden mit unserem langjährigen Partner, dem Tonhalle Orchester Zürich, komponiert von den drei Baldenweg-Geschwistern. Das zeigt eben, wie Institutionen aufs Schönste zusammenarbeiten können. Das zeigt eben, wie Institutionen auf sich. Das zeigt ebenso, wieず auf sich ist, wie Institutionen auf sich отметest, wie ein bisschen kregen. Das zeigt ebenso, wie Nähe Glock Cisiden imrag13 David Burgundy. Is this the secret AOSP-AOSP-Office going? Untertitelung des ZDF, 2020